Hallo meine Lieben, toll, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr habt und hattet ein ganz, ganz tolles Fest. Ja, und zur Krönung habe ich jetzt noch eine kleine Geschichte für euch. Auch die ist wieder eine Kooperation mit dem Refugium-Podcast und dem Hörtalk-Forum. Die haben ja einen Höradventskalender zusammen auf die Beine gestellt, mit Profis und Laien, die hobbymäßig zusammen ganz tolle Geschichten vertont haben dafür. Und ich dürfte zwei davon einsprechen. Eine davon, die habt ihr vergangenen Sonntag gehört. Und die zweite, die hört ihr jetzt. Natürlich habe ich euch das alles auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also den Höradventskalender, den Refugium-Podcast und das Hörtalk-Forum. Schaut mal vorbei, sind ganz, ganz tolle Leute. Und weil das natürlich alles ein hobbymäßiges, ehrenamtliches Projekt ist, ist die ganze Folge nicht monetarisiert. So, und jetzt geht es aber los mit der Geschichte. Die Geschichte, sie heißt das Hochland und geschrieben hat sie Raphael. Während die Erwachsenen sich um das Haus, Nahrung und Kleidung kümmerten, spielten die meisten Kinder im Schnee. Sie warfen sich mit dem Schnee ab oder rutschten die Hügel auf selbstgebauten Schlitten herunter. Einige spielten auch Verstecken und hüpften in die Schneemassen rein. Es gab aber wiederum auch einige Regeln, die es zu beachten gab. Wie zum Beispiel, nicht ins Hochland zu gehen. Denn dort lauerten viele Gefahren, die manchmal auch ziemlich unscheinbar aussahen. Welche genau, wurde den Kindern nie erzählt. Aber genau das machte es erst verlockend, in die Berge zu gehen. Und genau das hatten Elsa, Jonte und Arne vor. Die drei waren beste Freunde und schon bekannt für ihre frechen Streiche, die sie oft ausübten. Sie haben sich früher noch nicht getraut, alleine dorthin zu schleichen, aber eines Abends legten sie sich fest. Morgen früh gehen wir zu dem Hochlandgebiet, sagte Arne. Jawohl, stimmten Jonte und Elsa motiviert zu. Also schlichen sie morgens in aller Früh aus den Häusern und trafen sich am nördlichen Eingang des Dorfes. Von dort führte ein Pfad direkt ins Hochland. Also machten sich die drei auf den Weg. Sie wollten unbedingt wissen, wie es dort im Winter ist und warum das so gefährlich sein sollte. An einer Felsformation machten sie kurz Rast, um Luft zu schnappen. Der Schnee wurde immer und immer mehr, je weiter sie sich vom Dorf entfernten. Sie gingen immer geradeaus, bis sie vor einem Wald standen. Arne meinte, dass sie auch weiterhin geradeaus laufen sollten, damit sie den Weg zurück leichter finden. Und obwohl Elsa nicht der gleichen Meinung war wie Arne, stimmte sie doch zu. Jonte hingegen vertraute Arne komplett und ging mit weiter durch den Wald. Die Zeit verging, bis man im Dorf merkte, dass die Kinder verschwunden waren. Diese Blagen, sagte Arnes Vater zornig. Sie sind bestimmt ins Hochland aufgebrochen. Ich habe gehört, wie Arne davon vor sich hin gemurmelt hat. Arnes Vater nahm sich Jontes und Elsas Vater und machte sich sofort mit einem Haken und einem Seil auf den Weg ins Hochland. Die anderen zwei hatten Bögen und Pfeile mitgenommen. Die drei Kinder waren in der Zwischenzeit im Wald unterwegs. Da bemerkte Elsa, dass es anfing zu schneien. Sie machte die anderen zwei darauf aufmerksam, aber die erwiderten nur, Wenn du Angst hast, dann kehr doch um. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und Elsa ging wohl oder übel mit, da sie zu viel Angst davor hatte, den Weg zurück alleine gehen zu müssen. Irgendwann kamen sie aus dem Wald raus und standen vor einer hügeligen Landschaft, die von Schnee bedeckt war. Jonte verspürte ein leichtes Magengrummeln. Hätte ich doch nur was zum Frühstück gegessen, jammerte er. Willst du auch aufgeben? fragte Arne seinen Freund. Dieser blickte in den Himmel und sagte, Elsa hatte schon recht mit dem Schnee. Wenn es so weitergeht, können wir unsere Spuren vielleicht gar nicht mehr finden. Arne guckte beleidigt in die Augen seines Freundes und dann in die von Elsa. Geht doch, ihr Feiglinge. Ich bleibe auf jeden Fall hier und schau mir... Arne wurde von einem Knurren unterbrochen. Sie drehten sich um und sahen, wie zwei Vielfraße sich ihnen näherten. Schreiend liefen die drei einen Abhang hinunter, als plötzlich der Boden unter Arnes Füßen einbrach. Er stürzte ein paar Meter nach unten in ein Loch. Die beiden Vielfraße traten verschreckt die Flucht an. Elsa und Jonte liefen zu der Grube. Arne lag auf dem Boden. Geht's dir gut? fragte Elsa. Es geht, rief Arne von unten. Das Schneetreiben wurde stärker. Elsa und Jonte mussten etwas tun. Wir holen Hilfe. Halt durch. Du musst dich gedulden. Die beiden machten sich sofort auf den Weg zurück zum Dorf. Und was ist, wenn die Tiere wiederkommen? fragte Arne, aber das hörten die beiden nicht mehr. Die Väter der Kinder kamen in der Zwischenzeit am Wald an, durch den Arne, Jonte und Elsa gelaufen waren. Doch durch den Schnee konnten sie die Spuren der Kinder kaum noch wahrnehmen. Doch sie sind durch den Wald gelaufen, sagte einer der zwei Erwachsenen. Die Schreie der Kinder auf der Flucht von den Vielfraßen hatten sie in der Ferne gehört. Sie waren sich sicher, auf der richtigen Spur zu sein. Sie gingen ebenfalls durch den Wald, als ihnen Elsa und Jonte entgegengerannt kamen. Aufgeregt erzählten sie den Erwachsenen, was passiert war. Diese machten sich sofort auf den Weg zur Grube, in der Arne noch immer festsaß. In der Zwischenzeit versuchte Arne immer wieder selbst aus der Grube herauszukommen. Er zog sich an den Wänden hoch, rutschte aber ab und fiel wieder auf den Rücken. Er heuchte auf. Da näherte sich was im Schnee. Hallo? rief er, aber es kam keine Antwort. Ist da wer? fragte er nochmal, aber wieder nichts. Plötzlich tauchten zwei Augenpaare am Rand der Grube auf. Kleine spitze Ohren, dunkelbraunes Fell. Die Vielfraße waren wieder da. Sie wollten gerade in die Grube runterspringen, als ein Pfeil über die Köpfe der beiden schoss. Arnes Vater. Zusammen mit den anderen verjagte er die Vielfraße. Arne, geht's dir gut? rief er. Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ er sofort ein Seil zu seinem Sohn hinunter. Arne packte zu und kletterte aus der Grube heraus. Sofort schloss ihn sein Vater in die Arne. Tränen flossen über Arnes Gesicht. Schluchzend entschuldigte er sich bei seinem Vater, der sah ihn ernst an. Dann lächelte er und sagte, ist schon gut. Gemeinsam kehrten sie sicher zum Dorf zurück. Manchmal ist es wohl doch besser, die eine oder andere Regel zu beachten. Oder zumindest auf seine Freunde zu hören. Das war die Geschichte, das Hochland. Geschrieben von Raphael. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Geschichte gefallen hat. Und wenn ihr mehr Geschichten dieser Art hören wollt, dann klickt mal auf den Link in der Videobeschreibung. Da habe ich euch den Höradventskalender verlinkt. Das ist ein ganz tolles Projekt vom Refugium Podcast und dem Hörtalk Forum, wo Profis und Laien ganz tolle Geschichten vertont haben. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst gerne Abo, Like und Glöckchen da. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ansonsten gibt es natürlich auch weiterhin auf meinem Kanal die Geschichten von 20.000 Meilen unter dem Meer und mehr.